Hallo und willkommen zurück zu einer völlig verwirrten, verballerten Folge Zombie Army mit Helsing. Ja, völlig, völlig verballert, die Dame. Ich hab zu viele Videos von den anderen Teilen, ich hab schon gestern fast die letzte Folge gelöscht. Ich tue immer, wenn ich sobald ich anfange hochzuladen, tue ich immer die Folge, die ich in der ShareFaction überarbeitet habe, löschen. Und sobald ihr hochgeladen ist, tue ich das Projekt löschen, weil, Kurva. Hab ich ja, aber da wir ja letztens sechs Folgen aufgenommen haben und keine fünf, kam ich voll durcheinander. Du kannst mal sehen, wie verballert du bist. Ja, du machst mich verballert, ey, komm jetzt, los. Ich krieg so langsam deinem Schriftest Schoge. Was willst du? Don't touch me, ja. Touch me there, this is my no new square. Du musst schon herkommen. Kurva! Kurva! Quatsch, schneller, die Zombie, lassen sich nicht von allein aus löschen. Das ist ein Hei. Ich seh aber nix. Wo sind sie? Ja, super, 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 ihr Idioten. Äh, was ist hier passiert? Huch. Och, ich Idiot. Huch. Ja, super. Na ja. Hier they come. They're dropping in dead. Take them out. Wo sind sie denn? Huch. Was willst du denn? Überall Geh nicht runter, bleib oben Ja, was willst du? Ich hab den Helipo... Ich hab den Ding aktiviert Wo sind die denn? Ich seh ja keine Bleib liegen Ich seh keinen einzigen Untoten hier Ach, noch einer Alter, ich hab ja die Synchronstürme von Werner jetzt drin, ne? Ja Ride in the Kopf Ja, ride in the Kopf Genau so sagt man Ride in the Kopf Ride in the Kopf Ja Opsi I will prepare Oh, einer mit Hackebeitschen Oh, was die alle zappeln, ey Hey Äh, wie komm ich denn da hin? Naja, wie komm ich denn da hin zu dem Hegel? Ah, Moment. Okay, ich dachte, das wäre schon jemand anderes gewesen von den Heinis. Wo sind sie noch irgendwo? Hat der gerade Suosiders in the Sky gesagt? Ja, wahrscheinlich, ja. Guck mal hoch! Oh Gott, ich gehe rein, leckst mich. Leckst mich, Leute. Die Fallen vom Himmel. Zum Glück bin ich drin. Aber bringt ja nichts, ich muss ja hier raus. Und das Schlupf erreichen. Ich wollte gerade runterspringen, ne? Egal. Ja, ja, egal. Komm, wir müssen unter Schlupf erreichen. Ja, ja, ich bin doch dabei. Ach du, ach du ballerst ja gar nicht. Alter, wie die rennen, Alter, wie die rennen kann, die Japanerin. Alter, der spricht Deutsch und Englisch zusammen. Der spricht Englisch, der Typ. Der spricht Englische. Gut, der spricht irgendwie alle Sprachen zusammen. Leute, ich brauche einen Medi. Oh, der lebt noch. Ja, den müssen wir noch suchen. Titten! Erstmal schwarze Nippel geschossen. Was ist los? Du bist los! Ich bin lose im Kopf. Ja, ich weiß. Ja, dann doch. Ja. BAM! Level 37! Heldentaten. Wir haben einen Heldentaten und einen Upgrade-Kit verpasst. Freigeschaltet. Ich habe dich im Auge. Oh, muss ich jetzt Angst haben? Nee, nicht vor mir. Der war gut. Habe ich irgendwas freigeschaltet? Schon wieder irgendeinen Skin? Göttlicher Stoß! Ich habe jetzt den göttlichen Stoß. Hör mal weiter. Oh, Medi! Eilen direkt mal und eins mitnehmen. Warte mal, wo sind die denn? Hier unten. Da, wo wir auch raus müssen. Was? Was war das denn? Wow! Als ob der gerade eine abgegangen wäre, ey. Ja, komm. Wir müssen hier rum. Wir rum, la rum, Löffelstiel. Wer das nicht weiß, der weiß nicht viel. Woran gehst du nicht? Ich gehe hier oben gucken. Ich mache Loki, Loki. Erstmal wieder waschen. Weg da, bist du nicht der Einzige. Toll, jetzt ist hier kein heißes Wasser mehr. Wer zuerst kommt, mal zuerst, würde ich mal sagen. Die Asiaten können es halt. Ich muss warten, bis es abläuft. Guck, jetzt ist wieder heißes Wasser da. Ja, ich habe doch. Ja. Hör auf, die Ratten zu erschießen, Mann. Die haben dir nichts getan. Target kaputt. What is this? Hedgehog! Target kaputt! Target kaputt! Hedgehog, Target, was? Target kaputt! What the fuck, Alter! Hedgehog, Target kaputt! Ja, weißt du Bescheid, ne? Ach, stimmt. Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht warten. Komm hier rein. Die müssen wir töten im Brunnen. Oh, hurra! Komm hierher. Die kommen... Ach, ey, als ob die drei Leute das da jetzt, ähm... Bokshit gemacht hätten. Ja, das sind schon mal drei weniger. Ja, ja, ja. Touched what? What did you touch? Some kind of... Fountain, I think. Mein Gott, the fountain is feeding of the blood of the dead. It must require tribute. Keep killing. Give it what it wants. We've verdammt us to the cider. What the fuck? Aber so richtig sprechen kann ja auch kein Englisch. Verdammter Suicider. Ja. Ich hab den voll ins Knie geschossen. Oh, ein Suicider. Vorsicht! Impressive. Oh no, Suicider! Oh, dann. Der ist weg. Not today, Tota! Not today, Tota! Tota! Ach so, Tota! Ach so, Tota! Ach so, Saita! Wie ekelhaft! So, da, bitteschön. Wir wissen nie, was wir machen, also von daher. Ah, hier fällten wir gar nicht einfach, doch. Schade. Ich halte dir schon mal in der Zeit, wo du da mit dem Zombies-Tango abtanzen bist, äh, mit dem Riffen frei nach. Hallo? Jetzt gern ein Bier. Oh, da ist noch einer. Verliert doch nicht gleich den Kopf. Geht's da weiter? Ja, hier gibt es viele Zombies zu erschießen. Schnappst die Party ohne mich? Schändig. Ja. Ich weiß nicht, in den anderen Teil war das mit den Two-Sidern besser. Wieso? Ja, weil die, weil die ja eine Granate im Mund gesteckt haben und zwei in die linke Hand und die rechte Hand. Und dann haben die sich so wie ein Kreuz hingestellt. Fand ich viel besser. Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht kommt das noch. Man weiß, gerne. Weg ist er. Oh, guck mal. Ah, Skeletus. Der hat ganz schön Mundgeruch, also. Den will ich schnell gerne in der Fresse rumgammeln. Alter, ich schieße den in den Kopf. Hinter dir ist ein Dämon, aber Hauptsache vorne schießen, ne? Hinter mir ist ein Dämon? Ja, jetzt ist er weg. Ja, was? Ah, da ist er wieder. Dachtest du wohl, wahr? Na, der schreit immer so komisch, wenn ich trete. Ha, ha, ha. Bevor der wieder aufsteht. Erstmal platttreten, die Sau. Ja, falls der wieder aufsteht. Hallo? 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 Sturm in Venice. Es ist kein Einzelnen. Einander hat hier in Sardinia. Ein Heidmatch in Europa beginnt zu spiken mit infernalen Resonanz. Wir müssen wissen, woher kommen wird und warum. Räder müssen sich beendet. Die Forschung müssen beendet. Wir müssen finden, um alle Veröffentlichung zu verletzen. Wir müssen finden, um alle Veröffentlichungen zu verletzen. Was ist das? Lager, was ist das? Schwager! Schwager! Bastard du! Den hast du nicht kommen sehen, wa? Oh, guck mal! Hier, guck mal! Ein X markiert den Schatz. Ich will hier rein. Ich will den Schatz haben. Warum kriege ich Punkte, Alter? Ist das ein Bug oder so? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch wieder Punkte gekriegt, wofür auch immer. Ach, komm jetzt! Giftdinger da! Die faulen, Alter! Ja. Deine Kumpels. Deine Mitarbeiter. Sag grad der Richtige. Deine Arbeitskollegen. Genauso wie du! Guck mal, der braucht gar nicht in den Spiegel zu gucken. Der sieht nicht direkt. Da weiß ich direkt schon, was los ist. Da hat einer gespuffo. Hinter dir ist eine Giftwolke. Da, da, guck mal. Oh, der ist voll versteckt. Jetzt kann er nix mehr machen. Alter! Hör auf zu tanzen, Mann! Geh zurück! Geh zurück! Wieso sagst du dir 10? Weiß ich nicht. Vielleicht auf alle 10, auf alle 10 gegeben. Also ich hab echt heute wieder so'n... was? Wo ist denn hier noch einer? Ich sehe grün. Ich sehe grün. Geht, ne? Geht, ne? Schade. Geht, ne? Ist hier drin? Eine Raptor! Was für Hölle, wo kommt denn hier jetzt noch so'n grüner her? Ah, da. Ah, da. Ah, da. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Nein. Das ist ne Kombination. Für was? Für den Safe. Ja, und was für ne Kombination soll das sein? Hast du die? Hast du die? Ne. Ne, aber da du die ein paar geschossen hast, verschossen hast, ist jetzt egal. Zombies töten wahrscheinlich. Right in the Kopf! Right in the Kopf! Alter, die sind Kronenstimme, ne? Die ist der Hammer. Right in the Kopf! Wof... Hahaha. Hahaha. Ja, das ist... Oh, fuck man! Der Idiot kann ruhig die Treppe nehmen, weißt du? Nein! Burn death! Right in the Kopf! Safe Room! Ich habe gar nichts gefunden hier, was? Doch, Dokument. Bei mir steht gar nichts. Comic-Seiten 0 von 1, Dokument 0 von 1, Zombie-Hinter 0 von 1. Ach, direkt mal ein Midi benutzen. Dass der halt sich und sagt, ich bezweifle das nicht. Was ist denn los mit dem? Ist der behindert? Was ist hier das? Was ist denn das? Keine Ahnung. So, können wir weiter. Ah, ja. Ja, was denn? Benzin wieder suchen. Ah, ja, ja, ja. Oh, nein, das hier ist deins. Guck mal. Ich habe dein Maschinengewehr. Verteilige den Generator. Alles klar. Oh, nein, das hier ist. Achtung, vom Dach. Soll ich oben machen? Hoch? Und du machst unten? Alles, was von unten kommt, machst du. Ich mache von oben. Moment, kommt nichts von oben. Ja, du sollst ja auch von unten gucken. Töne. Mh, mh. Charger. Now, unleash the charge. It's still standing. We need to hit it with more power. Look for more Generators. wo man lang da müssen wir natürlich wir müssen links und rechts und zuerst mal auf jeden fall erst mal hier die zombies weg wünscht links waren zuerst immer diese radikalen hier also so du hast die göttliche glocke ja ja warum schiebt ab ihr latschtypen oh kaputt da er da nein ist das so so ich geh jetzt hier rum warte ich hole mir hier erstmal noch Munition kannst du hier auftanken wenn du willst hier unten ist auch noch nicht so aber auch ein bisschen gebraucht für ne ich weiß nicht, er hat mir so wirklich was mir hier alles es ist ein abendessen wahrscheinlich gewesen ah hier ein upgrade kit hier ist ein upgrade, hier auf der kiste bei mir ist keins, dann hab ich das schon oh was oh 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 what the fuck kommst du? ein spucker ja, hier ist giftmetall unterwegs juhuuu Ich kann hier etwas Schmerzen machen. Wo bist denn du? Ich habe sie sich rum geholt. What the fuck? Jetzt haben wir endlich mal wieder die typische Nack-Zombie-Army-Musik. Oh! Ich weiß auch warum! Ich weiß auch warum! Fly fleeing! Was ist denn das denn? Brandmunition hier ist ja voll useless Warum bist du denn hier drunter geflogen, die Vogel? Opsi AHHHHH Ach Gott nein, Flammenwerfer Wer ist ein totes Schwein? Der hat untotes Schwein gesagt Oh, der kann ja laufen! An Sniper Hast du den Sniper? Nein Ich hab mich jetzt auf den Flammo konzentriert Entschuldigung Alles gut, aber Alter, ich... Wieso zum Frecken kriege ich die... Ah, da Hast'n? Ja, einen von dreien Ach, du warst das Oh fuck! Hat der grad gesagt, learn to shoot, mein Freund! Ach du scheiße! Was'n? Alter! Da war ein Su-Sider! Ah, ich hab den anderen! Boah! Da ist noch ein Sniper irgendwo! Und hier ist irgendwo jetzt noch... Su-Sider! Und ich bin gleich tot! Okay Es sind sogar noch zwei, ey! So... Ein Sniper fehlt noch! Learn to shoot, mein Freund! Ja, tötet sie! Wo kommt denn hier noch einer? Sag mal, das muss ja jetzt ganz einfach genug sein! Ist das mal einfach jetzt weg, oder was? Ist das mal einfach jetzt weg, oder was? Ach, ey! Stress ohne Ende in dem Spiel, du! Sag ich dir! Ja, wir sind noch nicht bei unserem Lieblings-Level angekommen, also von daher... Und vor allem... Äh, sind wir schon bei 30... Über 30 Minuten... Ja, dann müssen wir gleich mal aufhören! Ja, aber... Könnt ihr nicht einfach jetzt aufhören? Mitten in der Mission? Ja, kann alles! Hallo, hi! Du bist am Generator, kann das sein? Nee! Jetzt bin ich am Generator! Oh! Bei mir war da grad angezeigt, dass du da wärst! Agatha Power, oder was? Ah, hier! Ah, hau ab! Hast du den Sniper schon gefunden? Was für ein Sniper? Hier ist kein Sniper! Doch, da ist ein Sniper! Wo denn? Da hinten irgendwo! Ich konzentriere mich jetzt darauf, den Generator zu verteidigen! Na ja, solltest du vielleicht auch nur einen Sniper im... ...Anschlag! Ich werd nicht anvisiert, dann seh ich nicht von wo sie kommen! Oh! Oh! Ach so! Not today, Tota! Ich hör'n, aber ich seh'n nicht! Wen? Den Sniper! Achtung! Zwei Suisider! Oh Gott, die gehen auf mich! Oder auf mich! Ich wollt grad ins Wasser! Verdammter Suisider! Kann's ja immer noch gehen! Ah, hier ist Munition! Ich hab'n Sniper! Wo ist die Sau jetzt hin? Ich hab'n Sniper! Wo ist die Sau jetzt hin? Ich geh'n jetzt hoch! Egal, was jetzt passiert! In der echten, in der echten Zombie Apokalypse würde ich nie, nie durch so'n Wasser laufen! Nicht nur du! Aber in der echten, in der echten Zombie Apokalypse wären wir mit unserem Elm einfach tot! Wir werden... Ich hab'n dich, du Sau! Wir werden sowieso zuerst tot! Wir werden die ersten, die sterben! Ja, weil wir uns freiwillig in den Tod bestürzen oder was? Was ist los mit dir? Bist du durch im Kopf? Wieso wären wir die Ersten, die tot sind? Ja gut, wir leben in der Stadt, das ist kacke. Erstens, zweitens mit unserem Aim. Ich würde meine Auswahl an großen Messern mitnehmen, um mich zu verteidigen. Aber du musst ja in so einer Apokalypse nicht Angst vor Zombies haben, sondern du musst dich vor Menschen in Acht nehmen. Ja. Boris! Mit der Werner Stimme! Lauf, Schlappe, lauf! Hallo Kumpel. So ein Haustier hätte ich gerne. Wie willst du das machen, Alter? Du musst in der Stadt. Ja, und? Ist ein Grund, aber kein Hindernis. Bäm, Level 38. Macheten-Hiebtel-Stüpfe. Ich bin auch jeden, ne? Ja. Steht ja auch da. Ich bin jetzt ein Jäger. Ich habe jetzt Macheten-Hiebtel-Stüpfe 2. Also könnte ich den mal wieder ausrüsten. Fischfutter töte 25 Zombies, okay. Oh ne, nicht das, mit Locker. Ja, so. Ist das schon Mission 2? Warte, wir müssen nochmal eben, bevor wir jetzt gleich aufhören. Italy? Müssen wir in... Äh, in... in... Dings gehen. Oh. Oh. Gehört das nicht auch zu Italien? Äh, ja. Sardinien gehört dazu. Keine Ahnung, ich bin wie so ein Armee, weil alles, was außerhalb meines Landes ist, interessiert mich nicht. Äh, hä? Oh, was ist denn hier los? Alter, unsere Folgen werden immer länger, ne? Weißt du das? Ja. Nicht sehr gut. So. Bööööö. Oh, oh. Du kannst dir die Leute nicht mehr erschießen, das macht ja gar keinen Spaß mehr. Ja. Fleischkühler. Eins von vier, die Jagd nach Doktor Schweiger. Gut, Freunde, äh, ich würde sagen, ich werde das hier beenden jetzt. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin, tschüssi, Sikowski, und ich nehme noch ein Mad Kid mit. Bye, bye. Tschüssi, 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 tsch